Hey, das ist ein Mutzi. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich glaube, das wird der Silvester-Vlog. Es ist aber noch nicht Silvester, es ist noch zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal so die Tage ein bisschen mit. Ihr seht die gerade so die Veranstalter von der Party, so Party-Organisation. Hier ist Jordan, kommt wieder nach Berlin. Billy kommt morgen nach Berlin. Ich mache so einen kleinen Vlog, aber jetzt nichts Ausführliches, auch von Silvester. Das ist gerne leichter, lass ein Abo da. Silvester, ja. Nee, weil Silvester nicht, weil Silvester das Gleiche steht jetzt auch bevor. Wir haben einen Club gemietet, also eine Location gemietet, weil wir nicht ins AdWate wollten oder sowas, weil da halt nicht so viele kommen können. Elders hat eine Mission. Wir haben gestern American Pie. Stimmt, da war Elders noch jungen Frau. Wir haben American Pie geguckt. Boah, dann guck ich heute. Nee, morgen kommt Elders. Guck, Digga. Oh Gott, war das lustig. Das ist genau ein Jahr her. Elders ist jetzt in Berlin, ich wollte ihn gerade abholen. Von Flughafen. Guck mal. Nein, nein, bruv, musst du nicht machen. Aber danke trotzdem, ja. Wir gehen ins Hotel und dann mach ich kurz eine weg und dann komm ich. Manu, zeig mal. Das geht nicht so schnell. Ihr wart heute joggen, ne? Stark. Ich war auch joggen übrigens. Danach war ich beim Friseur und jetzt gehen wir essen. Entspannt mit dem Bier, chillen und so. Aber ich finde, Bier, zwei. Deine Frische. Joghurt. Zwei Mal. Zwei Mal. Okay, okay. Teşekkürler. Zwei Mal Nummer zwei? Ja, genau. Der lernt. Ich hatte da gefühlt bessere Friseur als davor. Mann. Mann. Geht das jetzt falsch, oder? Das ist ja nicht so. Das ist ja längst du? Nein. Explosion. Wir kaufen jetzt ein bisschen Getränke ein für Sylvester. Ist das unkön, dass wir uns so was ... Ich dachte immer so, meine Mutter so. Wir holen einfach jetzt so Konfetti. Dann machen wir einkaufen. Party, Mann. Wir haben Partyveranstalt dabei. Wir brauchen Lollis. Lollis auf Partys sind underrated. Wir müssen ein bisschen die Leute auch von der Stimmung abholen. Deswegen Kleinigkeiten. Das ist, glaube ich, der größte Einkauf, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Aber man sieht hier nur ... Was glaubt ihr, wie viel die Rechnung war beim Einkaufen hier? Koda, Säfte. Ich hoffe, wir können alles versorgen. Viel mehr können wir auch nicht tragen und nicht carryn. Der goldene Schnatz wurde auch noch gekauft. Hat das Glück, ein Krug in die Höhe zu heben. Wir schätzen gerade unsere Rechnung. 1,5 sag ich. 1,5? Was sagst du? 1,8. Ich sag 1,005. Sehr egal. Bonus. Wunderschön gebastelt, aber wir haben ein Problem. Verpasst nicht alles rein. Ich hab gerade meine Chain abgeholt. Nein. Leon dann für 35 Monate. Nein, nein. Ach stimmt, ein Chain. Wir haben ein Problem. Verpasst nicht alles rein. Ich hab gerade meine Chain abgeholt. Nein, nein, nein. Vielleicht werden ein Chain bekommen. Nein, that's it. Sorry. Ich liebe sie. Sie ist so hübsch. Daniel, was sagst du? Daniel ist übrigens da. Aufwärm für morgen. Aufwärm für morgen. Vö讲. Wuh partic null auf. Wuhw. Wuhw. Well, wuhw. 난 wuhver, wie du sollst du mitnittilust. Wow. Hopp Brook. 5. Das ist Laura! Sie ist so lustig beim Feiern und sie trinkt nicht mal. Sie ist völlig verrückt. Guck mal, meine Haare! Die Scheiße von vorne! Halimontari, hä? Guck mal. Ja, ja, ja. Jungs, Karim! Harry Potter, Timmy, hä? Bruder, was haben wir gemacht? Hä? Alter, haben wir Silvester-Zocken gemacht. Andi, danke für Zappen. Ach stimmt, da waren wir mit Lucky und so. Kennen da viele. Und es ist hitzig hier. Deswegen macht es Bock, hier mitzuspielen. Es ist Division, Elite Division. Ey, das ist Mission. Division Rivals. Ey, das sagt, er will nicht spielen. Ey, das hat so Angst. Ein Spiel für Freiburg, Hamburg. Bei mir kam gerade Rabona-Tor. So, ich bin jetzt mit meinem Brate. Franco zu meiner Mama. Ich muss meine Familie noch sehen. Na ja. Mein kleiner Sohn, guck, wie klein und süß. Und danach müssen wir zur Location. Wir müssen vorbereiten, wir müssen Kränke rein. Einfach. Ich war gerade mit dem, mit dem Visionen fahre ich gerade rum und wir organisieren die Party. Ja, und danach müssen wir zur Location. Wir müssen vorbereiten, wir müssen Kränke reintragen. Und so ein Scheiß. Alles ganz schön wild. Es ist jetzt 15.19 Uhr. Denn sieben Stunden ist Primetime. Gestern aufgewärmt. Du hast keine Ahnung. David, danke für fünf. Du gestern, abends? Gut, gut. Was war los? Komm, wer da ist, Leute? Huuuuuuuuuuuuuuu. Warst du Club? Also die letzten drei Tage schon. Die ersten Eindrücke, zeig mal her. Okay? So was gefällt mir? Jetzt waren wir das erste Mal da. Guter Hut platziert. Wie sieht Alders aus mit dem Hut? Der hat Hut verboten. Man denkt einfach an den 12. Geburtstag. Ja, wenn du so feierst, kann sein, dass du ein McMenu bekommen. So, so ist jetzt der Toaster, wenn man hier reinkommt. Wie ver-sivestert. Unsere erste Veranstaltung, Drip or Drown, Part 1. Drip or Drown, ne, wasser, wasser. So Mädels, ihr seid auf der Liste? Ja, ähm, Isabel. Isabel, dann lass mich mal ganz kurz nachschauen. Isabel plus 2, ne? Ja. Aber wir haben noch einen dritten dabei, das ist ein Junge. Echt? Soll ich mal kurz reinkommen? Äh, was geht? Ey, schönes Mal ist ja, ey. Wenn was ist, du kannst die Mädels so gegen 5, 4, 8 holen. Luca, danke schön. Keine Jungs, komm rein! So, Digga, ich schwöre, wir haben so viele Leute, es ist unglaublich. Wir haben so gut vorbereitet, das ganze Ding. Das Paket ist gelegt. Hier hinten ist so privat da, wenn wir jetzt hier Pärchen nehmen. Eli. Und Melle. Wenn wir Damen durchschicken, Tisch 1. Tisch 1, Tisch 2, Tisch 3, Tisch 4. 3. Ich hab für uns vorgesehen, dass wir 3, 4, 5 haben. Dass das so unser Main-Spot ist. Ey, wow. Genau Mitte so. Die Mitte. Und der Rest wird immer aufgeladen. Dann macht ihr die schon mal gleich in Location, weil Leute wissen, wo das war. Quote für Eldorfin, ganz wichtig. Quote für Eldorfin, er soll selber, er soll seine Quote selber sagen. Nein, Bruder, ich sag mir kurz nicht. Auf Ernst, ich schwöre... Digga, er hat da auch ein Edgar. Nochmal, Dankeschön. Wir sind so gut. Oder Ernst, Ernst, Ernst. Aber natürlich will ich... Geh Haare waschen und macht ganz viel. Das wird holt uns gar nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir wussten gar nicht mehr, wie viel... Wie viel waren letztes Jahr da? Wir wussten es nicht mal mehr. Nein, der kam gerade... Da kam das gerade raus. Hier sind die glücklichsten... Die glücklichste Minute aller Zeiten von Junior zu Renariga. Viel Spaß. Hier. Ähm внут... sustaining die glücklichsten. Für Neubayy und Tohton. Denn man weiß nicht mehr, fast... Glaube, Preisheiten, Großartig... Wie viel war das, ist grün. Oder das war eine Liebe lang, damit wir... In diesen Dank derufekt wird sehr häufig. Ich trage den Käptung как die Mandala. Ist of Elf Turning. Du bist Juliana? Zelle, Vanessa, Paula. Schabst du eigentlich für fünf giftet? Kuss, 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 kuss. Velle. Dings, da war es eine neue Uhr, da ist ja noch gar nicht so... Da ist man gerade erst gebrannt? Adam mal wieder, digga. Warte mal, warte mal. Guck Adam. Happy New Year! Er hat die Musik nicht anbekommen. Hey, come on! Pff! Fuckin' Globo! Fuckin' Globo! Fuckin' Globo! Fuckin' Globo! Du, er ist draußen, jetzt nicht mehr die Bandchen. Mach das nicht, Leute, ich hab viel Angst dabei, digga. Alter! Boah, Alter, schon beim Zug gucken, Junge. Hey, Wallaus! Hä? Velle! Velle freut mich, ob ich eine leere Flasche für die Raketen. Ring aus, komm! Action! Action! Ring aus, Velle! 1,6. 1,6. Abonniert uns alle drei. Happy New Year! Alle drei abonnieren. Supportet uns weiterhin in 30 fest. Nein! Happy New Year! Ja! Ich hab einen Sitz. Ich meinte Celle, dass sie aus Spaß mit einem Neujahrskurs kennen würde. Nein, nicht aus Spaß! Hallo! Ich hab einen Sitz. Hey, du kommst du mal, Baby! No, don't, no! Send me the low, gang! Also, Baby! Tolle Ehrenfrau! Die Flasche! Die Flasche! Die Flasche! Auf, hier rüber! Ich geh runter. Ich dachte, ich... Ich seh nicht richtig. Warte. Ich bin... Hacke dich! Ich komm hier runter. Die labern mich voll mit irgendwas. Delay Sports! Ey, ich hab früher mit links... Links außen gespielt. Und da haben wir 12 Folgen Flanken gemacht. Delay Sports Call. Der erste Delay Sports Call hier in dem neuen Jahr. Okay. Sei mal ehrlich. Wenn du noch keine 20 Tore hast, ist ein Schwächern. Ich hab wieder keine 20 Tore zu Silvester. Ich weiß nicht, wie viel ich hab, aber nicht 20. 74. Jungs! Es ist... Koray war auch da. Spongebob Patrick! Jetzt Achtung! Festhalten! Festhalten! Achtung! Ich lauf raus. Ich seh die beiden hier so. Let's get it! Hop in a 16 Passenger! Just spongebob Patrick! Lass nicht! Ich muss die Hand kommen. Was die? Let's get it! Hop in a 16 Passenger! Just spongebob Patrick! We'll get your things! Hey! Was up, Masdy? Was up, Masdy? Hallo, Masdy! We're from Berlin. Yeah, yeah, yeah. We're from Berlin! To celebrate the... To celebrate the... To celebrate the Silvester! Wie kann man viel reden mit Adels? To celebrate... Bro, we are celebrating with Sidney. Really, bro. They are our bros. So much, so much appreciated. Yeah, yeah, so much. No one can do this like... No one can do this like. How do you like it so far, Musti? I said the people are really cool. The music are really cool. The DJ is so much. Bro, we got the Riz on, bro. What about you, Adels? We ain't captain, bro. It's like... It's like happy new year, bro. We got the train on, bro. Yeah, it's a whole other vibe, you know what I'm saying? We got the train on. We're popping them baddies. We're popping them baddies. We got the train on, bro. We're popping them baddies. Hey, damn. I mean, Adels. 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 And now it's the primest with Sidney. I'm qualified. Me geht's good. Die beiden, ne? Alter. Ich war ungefähr so 15 Minuten mit denen draußen. Ich hab ja selber Intos. Und wisst ihr, wie lustig das dann ist? Das ist dann und dann schon fünf Monate. Dann hab ich Adels, hat mit nem Mädchen Hand in Hand gemacht und hab die auf die Leute geschickt. Also hier. Hier. Abgeschlossen. Hier befindet sich ein wildes Adels. Mit einer Dame. Seit 10 Minuten. Ja. Ich hab die. Ich hab ihn genommen. Dann sie genommen. Hand in Hand. Und gesagt hier. Geh, Toilette. Und weiter geht's. Und wieder geht's. Und wieder geht's. Ich hab meine Mutter nicht so gut gemacht. Ich hab meine Mutter nicht so gut gemacht. Ich hab meine Mutter nicht so gut gemacht. Fanti, Fanti, Fanti! Fanti, Fanti! Fanti, Fanti! Fanti, Fanti! Ja, ist das schon einfach vorher? Feier, OIT! Oh, ah! Like a monotally! Wie klein aussieht neben uns. Mutzi! Oh, ah! Why always me! Oh, ah! Like a monotally! Hey, why always me! Like a monotally! Oh, ah! Why always me! Oh, ah! Like a monotally! Ja, ja, ja! Jetzt! DJ Bundy ist gefallen! Das wurde auch noch nicht kommuniziert! Warte mal kurz! Es war jetzt nur 3 Uhr! DJ Bundy! Wurde ausgewechselt! Man hat ihn hinter... Man hat ihn hinter... ...hinter der Bar auf dem Boden gefunden! Eingepiszt! Haha! Alex, danke für 2,5 tisch im Monat! Willi wurde ausgewechselt! Haha! Man hat das schon für 20! Tschüs! Geräusche für mich! Bye! Du brav mich hier. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Louis, danke für 13. Erzähl mir alles. Komm, und zwar, Toilette war beginn. No. Wo ist die Hatsi? Ja. Jessica, komm rein. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Ähm, zu gestern. Ich fand gestern ein sehr gelungener Abend. Weil alle waren zufrieden, alle hatten einen geilen Abend. Und wir haben einen... Der ist... Der ist The Walking W. Und zwar Elders. Also? Ja. Es gab einen taktischen. Es gab sogar einen taktischen, ey. Ja, das erste Mal. Was? Ich war so schnell zusammen mit ihm auf Toilette. Weil ich das erste Mal taktischer war. Ist gut aber, ne? Ja, war gut. Aber war wirklich echt geiler Abend. Und der Mann hat geackert. Der hat The Walking. Der hat The Walking. Der hat The Walking. Ich hab... Ich hab Elders Lutscher gegeben, damit er die an die Mädchen verteilt, dass er sympathisch ist. Ich hab ihm immer mal Lutschenjag gegeben und hab gesagt, los Elders, geh los. Ich hab immer gesehen, wie er so lutscht. Das ist so, Lutsch. Das ist so, Lutsch. 187. Und irgendwann wurde am Ende auf das Tor erzielt. Musst du den Sohn, ne? Boah. Musst du ihn bei dir? Na, egal. Warum? Haben wir keine Vorhörungen? Mozi Dank für den Raid, Digga. Ich zeig dir gleich was. Okay. Das war Part 1 von Silvesterblatt.